Die Drehung Eingemacht. Schön. Gut. Also die Schreie hat niemand gehört. Sehr schön. Eugen, kann ich irgendwo verstehen? Ich meine, die Spartaner oder die Krieger schreien ja irgendwie immer. Ja, den schmeiß ich mal runter. Und dass der mich nicht sieht? Schläft der? Wahrscheinlich. Alles passiert. Wie sie so gestolpert ist. Ich hätte kritisch machen müssen. Ich meine, Adrenalin bekomme ich ja jetzt so richtig schnell. Richtig schnell wieder. Da ist einer. Ja, ja, ich suche mein nächstes Ziel. Und zwar, das finde ich hier. Sehr schön. Aufheben. Und hier rein. Und dann, du bist der Nächste. Ja. Hey, wer bist du denn? Nö, ich weiß nicht. Alter, das hat die... Oh, Mann. Ich habe extra den Viererskill hier, also, dass ich da hinspringe und eine Attentat mache. Habe ich echt extra nicht gemacht, weil ich dachte, dass ich den eben nicht auf einmal schaffe. Und dann... Also, ich hätte so liebend gerne diesen Ketten... Ähm, ich hätte einen Angriff gemacht. Äh, schade. Naja, gut. Äh, so geht's natürlich auch. Ich bekomme hier Money, Money. Wieso ist das eigentlich jetzt hier nicht Clown? Sondern... Es ist einfach nur Nehmen. Und bei den anderen... War es... Eigentlich Clown. Also, da stand halt immer Stehlen dabei. Also, da wird die eigentlich nicht bewacht. So, sehr schön. Nikas Wall, abgeschlossen. Akzeptiert und abgeschlossen. So, wo ist mein Pferd? Da drüben ist mein Pferd. Ja. Aufgewartet. Und Entdeckung gegangen. So, ähm... Dann will ich mal kurz... Oh, da ist noch ein unentdeckter Ort. Da ist noch ein unentdeckter Ort. Zauberungsschlacht. Da muss ich noch ein bisschen mehr... mehr tun. Ich mag... Das mag ich ehrlich gesagt am liebsten, wenn die das macht. Keine Ahnung. So, das ist auch Sparta. Los. Eriks... Eriks... Eriks Lager. Hier ließ Jason also die Argo zurück. Los! Äh, kann ich da einfach vorbei? Ich glaube, da kann ich einfach so hin, ne? Ich glaube, das ist der Unterschied, ob du in der Stadt bist oder auch so. Aha, okay. Ähm... Bei Sparta sehen... Aber nur die Hopliten bei Sparta sehen cool aus. Die leichten Soldaten haben noch nicht mal in dem Brustpanzer Schwergewicht und Strategos sind... Und die Schwergewicht sind... Äh, Schwergewicht sind Schwergewicht. Äh, die Gefährdiensten sind... Äh, die Gefährdiensten sind... Schwergewicht war Sparta. Äh, die Gefährdiensten sind... ... Wo bin ich? Ja, wo bin ich? Sie darf uns nicht entkommen! Sicher doch! Ich bin schon entkommen. Oh! Guten Tag! Aua! Na gut! Ähm, ja, gut. Geh mal hier rein und kletter mal hier hoch. Vielleicht finden sie mich da nicht. Na gut. Aua! Geh runter! Geh runter! Kassandra? Danke. Ah! 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 Ich bin stärker als ich dachte! Hallo! Ich bin stärker als ich dachte! Und ich bin blöd als ich dachte! Und ich schließe mein Tschüss! Also nicht, dass ich hier irgendwie in Panik wäre oder so, nee, das... Wer stirbt jetzt wo? Du kannst nicht fliehen! Jetzt werde ich es mal probieren. Warte. Warte, warte. Das sind mir zu viele Leute. Irgendeine Spur? Keine Spur. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, verstanden. Na gut. Wahrscheinlich von den Tempeln ist das dann auch stehlen. Ich habe ein Brot gestohlen. Cool. Die Spur ist noch frisch. Die Spur ist noch frisch. Gut. Naja, okay. Okay. Dam, 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 dam. Ja, na, ja, na. Okay. Was? Er hat Halt gesagt, jetzt muss ich anhalten. Was? Das war cool. Was? Du bist nicht gerne qualvoller! Du. Du bist besser als deine Anführer. Warum stirbst du nicht einfach? Äh. Richtig so. Richtig so. Mach. Mach's so. Gut. Aber der weiß ja nicht, dass ich das war, ne? Ach das ist glaube ich der, der gegen Schleichangriff, wenn nicht so ein Ding ist. Ich mache das sowieso so, dass ich Sparta und Athen auseinandernehme und mir meine Puzzletten als eigenen Start vorstelle. Also quasi so ein Piratending. Ähm, bis dahin muss ich aber leider Sparta helfen. Ja du leider Sparta helfen, um die Obliten als Krieger für meinen Start zu kriegen. Ich würde gerne die ganzen Leichen eigentlich verschwinden lassen. Ähm, das geht irgendwie nicht. Ja hier ist die Schatz-Ding. Hier gibt es noch zwei Schätze. Tatsächlich. Nur einen. Ach da, okay. Ja, nice. Okay. Gut. Dum 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 dum. Gut. Tut mir leid. Ich klau mal kurz den Schatz hier. Jetzt gehen wir raus. Und dann holen wir den zweiten Schatz. Und dann... Nein. Entschuldigung. wo ist mein pferd das habe ich glaube ich irgendwo hier vorne stehen lassen aber nicht gegen die starten so gut wo müssen wir denn hin wir können hier mal den das wäre eigentlich ganz gut das wäre eigentlich ganz gut wenn wir den mal um die ecke bringen und keine ahnung irgendwas mit dem so vorsicht dann schauen wir mal damit damit ich mache eine ruhe naja ok gut das sind auch nur zwei vier fünf ach das sind nur fünf ok ist ja easy mhm mhm Kann ich hier aufbauen? Nein. Du kannst durch Ormst antreifen. Die ist ja jetzt aber aufbauen. Ich Ich sag die die Katze erwischt eine Die sind ja auch ultra stark ne also die in die eine hat ja glaube ich im letzten Lager Ach komm als als ob der Die erwischt den jetzt auch noch ne Eben dieses dieses am Rücken festklammern ne alter So ist jetzt fertig Gut den Rest mach ich dann so So durchsuchen keine sorge ich lese gleich das was ihr alles Mach hier nur kurz fertig Die Spartaner haben jetzt ein vorteil weniger So sehr schön gut Wie schreibst du denn Junge Sparta und Athen sollen als Griechen zusammenhalten und da sind Die das nicht tun Sind sie beide Schweine Unter meiner Herrschaft werden sie nicht auf die Idee kommen Ah du bist zurück Und um ein falsches Wort zu einem anderen Griechen zu sagen Wow du bist echt ein Kenner der menschlichen Rasse Ähm Also ja ich helfe Sparta sehr ungern Ähm okay wow Was ich aus äh wie kannst du nur gegen Sparta sein Ähm Ehrge laba bla bla Geworden und das ist Äh nicht Ähm Ja was und das in nur einer Woche Äh das war auf äh etwas Auf Aus der Story angelehnt Äh Aber ich darf ja jetzt nicht spoilern Ähm Darum mit ähm Story gehen Mach ich sogar Story mit ein Äh Tobi mit ein Ja wir haben jedes mal gesagt ähm Dass Sparta Dreck ist Genauso wie Athen Ich liebe dieses Ich liebe diesen Moves so sehr Ja also der Dieser Kettenangriff ist so gut Äh sind beide dabei Äh du musst nicht alles vorlesen Tobi zu spät Weg ist ein Tyrann ganz einfach Ja Naja gut Also Gut Äh da unten ist äh noch eine Truhe Äh da würde ich ganz kurz mal Grüß Gott sagen Und äh vielleicht Äh Äh Oh da sind Wölfe Bestienmeisterin Oh Jägerin Sind die mir ja feindliche sind Wahrscheinlich Alter Bestienmeisterin Nice Ähm Die würde ich gerne auf meinem Schiff haben Habe ich dann einen Bären auf dem Schiff Haha das wäre lustig Ah Ah schön Ich schau mal kurz was ich bekommen habe Äh und verleg das mal kurz Ähm So Vergräutender Stab Was Lol Ich habe einen Dreizack gefunden Gut Äh Gut Äh Koffer Habe ich was gefunden Aber nö Danke Äh Wie soll ich hier einfach alles weg was weg geht Einen neuen Bogen Jäger schauen Jäger schauen Feuerschaden ähm Das ist nicht gut genug Das ist nicht gut genug So Äh ne ein Rebell Ne Das ist was anderes Rack Ähm Wortwärtlich im Begriff eines Tyrannen Äh wenn ich das lese meine Schweine Blablabla genau Ähm Ich würde alle gut behandeln So einsehnlich Wie von dahin alle kloppen Ähm Naja Anführerin der Jäger töten Anführerin der Jäger töten Schaue ich mir besser an Was Oh Ha Ich habe ein Schiff Ein gutes Mir fehlt nur noch die Mannschaft Kommst du mit? Ciao, ciao Das ist so lustig Wenn man das Keine Ahnung macht Während die anderen halt noch da sind Ähm Ich will mal kurz schauen Was die so macht Feuerwirkungen für Pfeile Okay Das Ja das ist gut Das ist gut Hat sich schon gelohnt Ähm Wie der Bär da hockt Voll gut Ja Na ja Der Also An sich der Rake muss Noch ein bisschen Ähm Geschichte lernen Sag ich mal Ähm So da kommt die nächste Sieh da Jemand Einen Strei Nein Jetzt wurde sie auch dadurch getötet. Ich habe nur einen Schlag gemacht. Ich wollte auch schauen, was die kann. Nimm dein Schicksal in die Hand. Wegle mit mir auf meinem Schiff. Da bin ich auch mal gespannt, was die kann. Ja, der Bär nervt ein bisschen, der stirbt ein bisschen. Ich gehe mal da hin. Ja, dann komm mal. Aber ohne den Bär, den Bär brauchst du doch nicht. Wobei, ich muss sie ja eh töten, ne? Entschuldigung, der Baller in dem Nachbar-Ding ist ein bisschen laut. Ja, das ist der Bär. Ich habe eine Idee. Ich knie mich jetzt hin. Ich muss irgendwie versuchen, wieder unsichtbar zu werden. Da ist ein Sperrmannacken. Nein, nicht den. Ich will den werden, aber... Das ist eine Sie, Tobi. Okay. Danke. Entschuldigung, ich habe deinen Bären kaputt gemacht. Ich muss dir einen neuen holen. Du entkommst nicht! Ich schrei doch nicht. Weißt du doch nicht. Wer sagt denn das? Sie hält sie für schlau, aber ich bin schlauer! Ja, wieso konnte ich... Ja, Alter, was für eine Barbare? Wo bin ich jetzt hin? Ja, wo bin ich? Da ist sie! Ja, okay, Alter. Mir ist egal. Ich muss die Sicherheit anziehen. Oh, schade. So. Also hier. Ja. Rauchboilthelm. Rauchboilthelm. Rauchboilthelm ist eigentlich echt gut. Wir fangen einen Bären hier. So. 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 Gut. Fertig. Ah, da ist noch was. Äh, ich schau mal kurz mal, was die andere noch kann. Äh, Feuerkraftgewinn bei Rammen. Dann sehe ich auch nicht schlecht. War auch nicht so, äh, super. Das ist kein Sperrgebiet. Ich hab's, äh, bescheid. Das ist mein, mein Pferd. Ja, wir konnten hier alles nur, nur, äh, verfehlen. So. 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 So.